Das EPA macht Wissenschaftlern und Ingenieuren das Suchen, Finden und Innovativsein so leicht wie nie. Die neuen verbesserten Funktionen unserer öffentlichen Datenbank helfen Erfindern, Patentfachleuten und Entscheidungsträgern überall. Espasnet ist die weltweit größte kostenlose Sammlung von Patentveröffentlichungen mit über 100 Millionen Dokumenten aus über 100 Ländern zu allen erdenklichen Technologien. Geben Sie den Namen eines Erfinders oder Unternehmens oder eine bestimmte Technologie ein. Unsere neue erweiterte Suche ist leistungsstärker und präziser denn je. Definieren Sie Suchbegriffe, zum Beispiel einen Zeitraum im Publikationsdatum oder Länderkennzeichen in Veröffentlichungsnummern. Wenn Ihre Suche viele Treffer ergibt, können Sie nachsehen, welche Klassifikationssymbole am häufigsten vorkommen. So können Sie das detaillierteste Klassifikationssystem der Welt mit Ihren Schlagwörtern kombinieren, wobei Sie selbst entscheiden, welche Operatoren Sie verwenden. Die Länge der Trefferliste ist unbegrenzt, aber intelligente Algorithmen setzen die besten Treffer immer ganz nach oben. Verfeinern Sie Ihre Suchergebnisse mit Filtern. Zu den aktivsten Erfindern, Anmeldern und Technologiegebieten können Sie Statistiken sehen. Blättern Sie rasch durch die technischen Zeichnungen Ihrer Trefferliste. Und wenn ein Dokument, das Sie interessiert, nicht in Ihrer Sprache vorliegt, kein Problem. Es kann gut sein, dass es irgendwo auf der Welt in weiteren Sprachen veröffentlicht wurde. Falls nicht, liefert PatentTranslate hochwertige Sofortübersetzungen in über 30 Sprachen. Das Ganze funktioniert natürlich auch auf PCs, Laptops, Tablets und Smartphones. Patentinformationen erschließen war noch nie so einfach. Dank dem EPA. Copyright Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020